Herzlich Willkommen zu unserer Frankentour rund um Nürnberg, Bamberg und Bayreuth. Ich nehme euch jetzt erstmal mit nach Osternohe zu unserer Reisegruppe im Hotel Igelwirt. Moin Moin! Sehr gut! Geht's gut? Ja! Ah, guten Morgen! Hallo! Grüß dich! Wie geht's dir? Mir geht's gut. Möchtest du auf uns eine Doku mit drauf? Aber selbstverständlich nicht auf die Doku mit drauf. So, jetzt geht's endlich los bei jetzt schon 30 Grad. hier im Herber, Listen 3 und ем Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir haben gerade Mittag gegessen und jetzt geht es weiter Richtung Bayreuth und Fichtelsee. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.